Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute wollen wir uns so anschauen was es im Item Shop gibt und vor allem ist wie der Titel eigentlich schon verrät der Fokus auf die Halloween Kostüme. Ich habe mir selber sogar eingekauft damit ich euch den zeige aber zuerst gucken wir mal. Wir haben hier den World vs. World XP Verstärker. Der ist momentan günstiger zu kriegen genauso wie die Boxhandschuhe. Boxhandschuhe sind auch für die Stadtkleidung da und dann haben wir auch noch diese neuen Minis die immer noch hier angezeigt werden von wem kauft sie euch. Sie werden wahrscheinlich halt nur so lange da sein solang es das Halloween Event gibt. Also falls ihr wirklich mehr Minis haben wollt dann kauft die. Gucken wir uns aber die neuen Kostüme an denn die Handschuhe habt ihr gesehen. Das ist die Henker Kleidung. Mit ihr kriegt ihr auch spezielle Fähigkeiten durch die Axt die ihr da auf dem Rücken habt und zwar für die Kostümerauferei. Das gleiche gilt auch für alle anderen drei Kostüme die es hier noch gibt. Wir haben den Blutigen Prinzen als Kostüm. Bei meinem Char sieht man die Maske irgendwie nicht weswegen auch Emma aber bei Menschen sollte man auch die Maske vom Blutigen Prinz eigentlich haben oder sie besser sehen. Und dann schauen wir weiter wir haben noch zwei weitere und zwar die Bekleidung des verrückten Königs die ich mir geholt habe weil ich finde die irgendwie am coolsten. Sie passt auch am besten zu meinem Char finde ich und er ist auch ein bisschen schlanker dadurch. Und dann sollten wir noch die Hexenkleidung haben. Wie gesagt alle von diesen vier Komplettsets sind Stadtkleidungen. Das ist die Hexenkleidung. Stadtkleidungen die halt nur außerhalb des Kampfes benutzt werden können und sie geben euch Fähigkeiten für die Kostümerauferei. Das heißt ihr braucht nie wieder einen Trank einschmeißen oder irgendeine Box finden von irgendwem. Sondern könnt direkt in eure Stadtkleidung wechseln im Heldenmenü und habt dann die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten kommen von der Waffe die es in diesem Kostümset gibt. Das heißt ihr könnt auch nur die Waffe eigentlich benutzen und sonst andere Sachen tragen wenn ihr das wollt. Das bleibt ganz euch überlassen. Alle Teile sind auch accountgebunden und nicht seelengebunden was auch irrsinnig gut ist. Das heißt ihr könnt für einen Charakter diese Teile anziehen und sie haben. Und wenn ihr dann den Main Charakter wechseln wollt oder einen anderen Charme ein bisschen Kostümerauferei machen lassen wollt oder euch denkt bei einem anderen Charakter passt das besser. Dann könnt ihr natürlich diese Sachen dann über die Bank einfach einem anderen Charakter dann zuschieben. Ihr seht ihr sobald wir die Waffe angelegt haben haben wir diese Fähigkeiten. Ich werde die Fähigkeiten und die Animation dann vor allem euch zeigen und gegen Ende werde ich dann schon vorher ein bisschen Schluss machen mit meinem Kommentar und dann könnt ihr euch auch alles anhören wie diese Fähigkeiten, was für ein Sounddesign quasi dahinter ist. Hinter diesen Fähigkeiten also wie sie sich anhören. Gut dann ziehen wir einfach die restlichen Sachen an. Beim Set vom Verrückten König gibt es keine Hosen dabei. Wobei die Hosen die man selber an hat, die werden überschrieben von dem Brustteil. Es gibt Handschuhe, es gibt Schuhe und dann natürlich den typischen Helm von Verrückten König. Sieht nice aus. Ist ein richtig fetter Kopf. Und ich würde an dieser Stelle fragen schonmal, was haltet ihr von den Kostümen? Welches Kostüm gefällt euch am meisten? Ich finde einfach, der Verrückte König passt am besten zu meinem Charakter. Ihr konntet im Dunkeln sehen, wie es aussieht, hier bis in den Hellen. Die Partikeleffekte sind auch sehr genial. Hier und da mal habt ihr dann auch Rauchschwaden. Es kommt wirklich drauf an, in welchem Gebiet ihr seid. Und wie die Lichtverhältnisse sind. Aber welches Kostüm gefällt euch am meisten? Ich fand eigentlich die Henker Bekleidung auch nicht zu schlecht. Ist auch sehr nice eigentlich. Und jedes Kostüm hat auch andere Fähigkeiten. Nur ich kann euch jetzt nicht direkt sagen, was für Fähigkeiten die anderen Kostüme haben. Im Endeffekt sollte da jetzt nicht zu viel Unterschied da sein oder ein Kostüm viel viel besser sein als das andere. Hoffe ich zumindest. Aber hier habt ihr auch Witze, die erzählt werden mit der Dreierfähigkeit, glaube ich war das. Aber wie gesagt, wir werden uns das dann gleich anschauen. Also, nochmals. Ich würde gerne erfahren, welches Kostüm euer Lieblingskostüm ist und vor allem wieso und ob ihr euch sowas zulegen wollt. Das Ganze gibt es nur während Halloween jetzt. Das heißt, in einigen Wochen maximal werdet ihr das nicht mehr kaufen können. Das Ganze kostet entweder ein bisschen weniger als 9 Euro, also 700 Edelsteine halt oder 42 Gold ungefähr mit den momentanen Preisen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ich fliege in von der Unterwelt. Oh, hier sind meine Arme tot. Ich werde das nicht unbedingt verkraft. Ich werde das nicht mehrmals manipulieren. Ich werde das nicht mehrmals aufbilden. Vielen Dank. Vielen Dank.